Drei Billionen Dollar Marktwert hat der S&P gewonnen in acht Handelstagen. Wenn wir heute ein Plus schaffen, ist dies der neunte Tag in Folge mit Kursgewinn. Die längste Gewinnstrecke seit 1992. Ein irre Turnaround, den die Wall Street hier gesehen hat mit sehr, sehr viel Optimismus von verschiedensten Fronten. Goldman Sachs hat das Rezessionsrisiko gesenkt. RBC sieht den S&P bei 5.700 Ende des Jahres. Und wir haben Ergebnisse. Palo Alto Networks und Medtronics können beide die Erwartungen schlagen. Die Aussichten werden angehoben. Bei Lowe's, der Baumarktkette, das gleiche Bild wie bei Home Depot. Ergebnisse eigentlich ganz gut, aber der Umsatz verfehlt und die Aussichten werden reduziert. So, bevor ich jetzt eintauche in die Märkte, was passiert heute an der Wall Street, habe ich an euch eine kleine Bitte. Fast die Hälfte der Zuschauer hier haben diesen Kanal nicht abonniert. Für uns macht das aber auf YouTube einen sehr, sehr großen Unterschied. Ihr schaut regelmäßig zu. Ich sehe das an den Zahlen. Und wir sind ein Team geworden in den letzten Jahren. Ein Abo kostet euch nichts. Uns bringt es viel. Seid so nett. Seid mit dabei. Unterstützt uns und abonniert diesen Kanal. Und jetzt viel Spaß bei meinem Marktupdate. Seid unglaublich aber wahr. Der S&P 500 hat seit dem Tief am 5. August über 3 Billionen Dollar Marktwert gewonnen. Über 3.000 Milliarden Dollar. Wenn man bedenkt, dass Anfang August die Welt noch unterging. Goldman Sachs hatte das Rezessionsrisiko angehoben auf 25 Prozent. Jetzt wird das Rezessionsrisiko auch wieder reduziert von Goldman auf 20 Prozent. Möglicherweise sinkt es sogar wieder zurück auf 15 Prozent, wenn der Arbeitsmarktbericht im September für den August besser ausfallen wird. Wie einzigartig das ist, was wir aktuell erleben, das zeigen diese beiden Charts. Wir sehen einmal, dass der S&P 500 jetzt acht Handelstage in Folge freundlich tendierte per Closing am Montag. Das ist die längste Gewinnstrecke seit 2004. 20 Jahre her, Guys. 20 Jahre. Wenn man heute jetzt auch wieder im Plus schließt, also der neunte Tag in Folge mit dem Nasdaq und S&P im Plus, dann wäre das laut Bespoke Investment die längste Gewinnstrecke für die Wall Street seit 1992. Wie lang ist das her? Schaut mich an. 53 und schon alle Ewigkeit an der Wall Street. Ich ging an die Wall Street im Jahr 1992. So lange ist das schon her. Also mein Start der Karriere in New York. So weit muss man zurückgehen, um zuletzt eine so lange Gewinnstrecke zu sehen. Ein riesen Turnaround, der Volatility Crush, den wir in den letzten Tagen gesehen haben. Und so viel Optimismus. Die letzten Bären scheinen schon wieder verjagt zu sein. Normalerweise sieht man so etwas wirklich über einen langen Zeitraum, aber ein so großer Bounce, so stark. Und ein so starker Meinungsumschwung von Rezessionsangst zu. Ach nee, nee, ist alles Goldlöckchen. Weniger Inflation, moderates Wachstum, gutes Gewinnwachstum. Alles ist wieder gut. Und alles innerhalb eines Monats. Das ist wirklich schon beachtenswert. So, wir haben die Ergebnisse von Palo Alto Networks besser als erwartet. Medtronic auch. Hier werden auch die Aussichten angehoben. Wir haben Eli Lilly auf der Gewinnerseite. Hier wurde eine neue Untersuchung veröffentlicht. Und zwar geht es um das Gewichtsverlustmedikament von Eli Lilly. Das reduziert das Risiko von Type-2-Diabetes bei Erwachsenen mit Zeichen von Pre-Diabetes um 94%. Also, wieder Applaus. So neu ist die Story eigentlich nicht, muss ich sagen. Klar, es wird immer wieder bestätigt. Guck mal, die Studie und die Studie und die Studie. Die Aktie reagiert jedenfalls positiv und ist auf der Gewinnerseite. Eli Lilly war ja auch einer der Werte, die im August, Anfang August jedenfalls, zeitweise mal etwas stärker korrigierte. So, damit kommen wir aber mal zu den Ergebnissen Palo Alto Networks. Das ist jetzt der zweite große Tech-Konzern nach Cisco in der Endphase der Berichtssaison mit guten Zahlen. Der Ertrag lag solide über den Erwartungen. 4,10 Dollar, 3,97 Dollar wurden erwartet. Die Umsatzaussichten werden angehoben. Die Ertragsaussichten werden angehoben. Und es gibt eine Komponente, die für Investoren besonders wichtig ist. Nämlich wiederkehrende Umsätze. Und die lagen auch deutlich über den Erwartungen des Marktes. Wir haben dementsprechend an der Wall Street auch sehr viele positive Analysten-Kommentare. Ich will sie nicht alle aufzählen. Die Liste ist lang. BMO Capital, Bernstein, Barclays, Cantor Fitzgerald. Ich nehme mal die beiden Großen. Die City hebt das Kursziel auf 395 an, bleibt bei Kaufen. Und Morgan Stanley hebt das Kursziel auf 390 und bleibt auch bei Kaufen. Der Tenor, die Erwartungen, vor allem bei wiederkehrenden Umsätzen, waren solide. Wir sehen zunehmendes Umsatzwachstum, so Bernstein. Der frei verfügbare Cashflow, die Aussichten besser als erwartet, so BMO. Und damit also ein All Thumbs Up sozusagen für die Aktien von Palo Alto. Wir haben ansonsten Ex-Technologie, Lowe's, die Baumarktkette, nicht wirklich so überraschend ein sehr gleiches Bild wie bei Home Depot. Das sind ja die beiden großen Baumärkte in den USA. Home Depot hatte schon gemeldet. Margen machen die Musik auf der Ertragsseite, aber die Umsätze gerade von hochpreisigeren Waren enttäuschen. Die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte bei Lowe's unter den Erwartungen. Ein Rückgang von 5% und die Aussichten auf der Ertrags- und auf der Umsatzseite werden reduziert. Aber es ist nach den Home Depot-Zahlen keine so große Überraschung mehr. Medtronic, dafür auf der Gewinnerseite der Umsatz über den Erwartungen der Ertrag auch. Und die Aussichten werden ebenfalls angehoben. Wenn man jetzt ein Haar in der Suppe finden will, könnte man sagen, also das erste Quartal war so viel besser. Die Aussichten für das Gesamtjahr werden im Vergleich dazu eigentlich nur minimal angehoben. Das Haar in der Suppe sozusagen bei Medtronic. So, Ila Lili haben wir schon. Wir haben Boeing in den Schlagzeilen. Die Testflüge der 777-9, da gab es Probleme. Und zwar gab es strukturelle Verbindungsprobleme zwischen der Düse und dem Flugzeug. Die Testflüge sollen jetzt anscheinend pausieren. So jedenfalls die Medienberichte und Boeing leidet darunter bereits vor dem Opening der Wall Street. So, ansonsten, das ist so der eine Punkt, der mir ein bisschen im Hinterkopf bleibt. Warren Buffett, wir alle kennen ihn, wir schätzen ihn, wir lieben ihn. Ein absolutes Genie unter den Investoren. Warren Buffett hat ja nun die Barmittel deutlich angehoben. 277 Milliarden Dollar. Klar, vereinzelt hat er hier und da zugekauft. Ulta Beauty zum Beispiel. Aber 277 Milliarden, das ist schon eine Hausnummer für Warren Buffett. Und jetzt haben wir erneut Berichte von dem Anlegermagazin Barons, dass Berkshire die Beteiligung an der Bank of America weiter reduziert hat. Er soll in den letzten Tagen 550 Millionen Dollar in Aktien verkauft haben. Damit sinkt die Beteiligung an der Bank of America auf nur noch rund 12 Prozent. Bei den Fluggesellschaften gibt es auch ein paar interessante Highlights. Alaska Air und Hawaiian Holdings. Die Übernahme der Deal dürfte so ziemlich durch sein. Die Justizbehörde wird hier keinen Einspruch erheben. Und wir haben Southwest Air. Elliott Management fordert ja quasi einen Wechsel an der Führungsspitze. Der CEO will natürlich nicht gehen. Klar, und jetzt bereitet man sich auf eine Schlacht vor. Um die Stimmen der Investoren und um quasi auch die Stimmen der Mitarbeiter. Für die Aktionäre müsste das ja eigentlich positiv sein. Denn beide wollen ja das Gleiche. Der CEO von Southwest will die Firma wieder auf Kurs bringen. Und Elliott Management sagt, wir wollen das auch. Aber ohne das aktuelle Top-Management. So oder so. Wenn man das Makro umfällt, das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Das ist schwieriger geworden für die Fluggesellschaften. Aber normalerweise müsste das hier eigentlich helfen. Paramount. Paramount Global. Skyworks. Der Deal in trockenen Tüchern. Maybe not. Ich meine, das war ohnehin schon ein sehr schwieriges Thema. Jetzt wird gemeldet, dass wohl Edgar Bronfman, das ist die Familie hinter dem Seagrams Imperium, Getränkekonzern, Milliardär natürlich, dass Bronfman ein Angebot eingereicht hat für Paramount. Also die Schlacht hier um das Unternehmen scheint noch nicht vollendet worden zu sein. So, kurz noch ein Blick auf die Analystenkommentare. Estee Lauder hatte gestern sehr trübe Aussichten. Die Aktie war im Minus. Aber da das bei Estee Lauder schon fast keine Überraschung mehr ist, so oft wurden die Aussichten gesenkt. In den letzten Quartalen hatte die Aktie kaum wirklich negativ reagiert. Heute sehen wir aber auf breiter Front weiter sinkende Kursziele. Die meisten bleiben bei der Kaufempfehlung wirklich immer wieder interessant zu sehen. Die Deutsche Bank sagt, Kaufen Kursziel sinkt auf 105. Steifel sagt, Kaufen Kursziel sinkt von 165 auf 125. Die UBS sagt, Kaufen das Kursziel sinkt von 115 auf 104. In anderen Worten, die Analysten haben es nicht kommen sehen. Und auf dem Weg nach unten bleibt man aber dabei, dass die Aktie immer noch kaufenswert ist. Das Potenzial nach oben wird immer größer. Also könnte man ketzerisch sagen. Aber gut, also Estee Lauder heute mit in den Schlagzeilen. Snowflake wird diese Woche noch Zahlen melden. Die City senkt das Kursziel heute auf 200 Dollar, bleibt aber bei der Kaufempfehlung. Und man muss sagen, die Aussagen sind ganz interessant. Und zwar sagt die City, wir sind vorsichtig optimistisch, dass die Ergebnisse von Snowflake, die in dieser Woche gemeldet werden, einen gesunden Raum für Überraschungen haben. Positive Überraschungen. Das abgelaufene Quartal könnte also die Erwartungen schlagen. Und die Aussichten für das Fiskaljahr könnten angehoben werden. Also vorsichtig optimistisch. So Texas Instruments hat heute den Analystentag. Der Wert wird heute auch mit im Fokus stehen. Zusammen mit ON Semiconductor. Die sind quasi im gleichen Business unterwegs. Je nachdem, was Texas Instruments sagt, könnten auch die Aktien von ON dadurch mit beeinflusst werden. So, ich wünsche einen super Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Auf Wiedersehen.